Moin Moin und willkommen zur 15. Ausgabe von Top Seas 180. Ich fasse wieder die News der letzten Tage in ca. 180 Sekunden zusammen und am Ende gibt es zusätzlich wieder einen kurzen Tipp der Woche von mir. Okay, los geht's nach dem Intro. AMD hat einen neuen Ryzen 5900er ohne X angekündigt. Dieser soll dann nur 65 Watt TDP statt 105 Watt TDP haben und etwa 5-10% nur langsamer sein. Leider soll dieser allerdings nur für Erstausrisse, also OEM, verfügbar sein. Intel hat seine neue Server-CPU, den Ice Lake Xeon, veröffentlicht. Die 36 Modelle werden in 10nm Fertigungstechnik hergestellt. Die normale 11. Generation, also i7e9, haben ja nicht sonderlich überzeugt. Die Preise beispielsweise vom 11700K sind dementsprechend gerade am Fallen, weil den keiner haben will. Da helfen auch Intels peinliche Werbespots gegen Apple nicht. Diese sind wirklich grottenschlecht, aber dafür in aller Munde. Eventuell war das ja auch die Idee dahinter. Any publicity is good publicity. Ich verlinke euch einmal zwei, drei Beispiele unten in den Bemerkungen. Grafikkarte, auch wieder Intel. Es verdichten sich immer mehr die Hinweise über die neue XE-HPG-Grafikkarte von Intel. Diese sollen in 6nm Verfahren gefertigt werden, können aber auch bei Knappheit in 7nm produziert werden. Das Spitzmodell soll 16GB RAM haben und 2,2 GHz Taktrate und soll sich im Leistungsbereich zwischen der 3070 und der 3080 einordnen. Außerdem soll die Karte mit XESS, einem eigenen Raytracing, daherkommen. Dann hätten wir neben DLSS und Super Resolution also noch ein drittes Verfahren. Es sieht alles so aus, als wenn wir einen ernsthaften dritten Player bei den Grafikkarten bekommen. Netflix-Preiserhöhung. Ab dem 1.5. erhöht Netflix die Preise um 1 bzw. 2 Euro. Das Standard-Abo kostet dann 12,99 Euro und das Premium-Abo sogar 17,99 Euro. Disney hatte ja bereits im Februar die Preise um 2 Euro angezogen auf 8,99 Euro. Deshalb mein Tipp der Woche diesmal auf was anderes. Und zwar It Takes Two. Ich habe schon lange kein so ideenreiches Spiel mehr gesehen. Das zeigen auch die hohen Bewertungen. Unglaubliche Abenteuer, sehr vielfältige Rätsel sowie Action-Sequenzen warten seit dem 26.03. auf euch. Ihr werdet dann auch diverse andere Spiele oder auch Filme hier wiedererkennen. Das Spiel ist für Konsolen und PC erhältlich und kostet in der Regel 40 Euro. Die Besonderheit hierbei ist, dass nur einer der beiden Spieler, It Takes Two, man braucht ja halt zwei immer dafür, das Spiel kaufen muss und der andere kann dann sozusagen umsonst von ihm eingeladen werden. Das können auch andere sein, das muss nicht immer derselbe sein. Zu sehen auch bei mir ein Let's Play des kompletten Spiels mit Grey. In Kürze werden wir dann auch A Way Out ebenfalls von Hazelight anfangen und wieder live bei Twitch streamen und später auch bei YouTube veröffentlichen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Das ist mein Lohn und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Okay, bye bye. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.